Den Muttertag verbringt Heidi Klum zusammen mit ihren vier Kindern. Wer glaubt, die Familie trifft sich feierlich zu Kaffee und Kuchen? Der irrt. Zwar postet das Topmodel in der Früh noch ein Bild von sich und den Kindern im Bett und grüßt alle Mütter mit den Worten »Fröhlichen Muttertag« an alle Mütter auf dieser Welt. Doch wer die 43-Jährige kennt, der weiß, dass sie an so einem Tag mehr Action braucht. Und so geht es auch nach Disney World. Zwischen Mickey Mouse, Achterbahn und dem Riesenrad lässt es sich viel schöner feiern. Heidi postet auf ihren Social-Media-Accounts gleich ein Bild von sich mit Minnie Mouse Cappy und ihrer Rasselbande. Dazu schreibt sie »Danke, Kinder, dass ihr mich an den schönsten Ort auf Erden gebracht habt.« Ob nun die Kids Heidi damit einen Gefallen getan haben oder sie den Kindern ist unklar. Klar ist allerdings, dass die ganze Familie einen entspannten Tag miteinander verbracht hat.